Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit der Botschaft B73 liegt der Antrag für einen Sonderkredit in der Höhe von 24,07 Millionen Franken für den Bau von Bahnhof und Bushub in Rotenburg Station vor. Mit dem vorliegenden Projekt sollen die am Bahnhof nötigen Sanierungen vorgenommen werden. Zusätzlich wird beidseitig ein Bushub mit Park-and-Ride-Anlage erstellt und die Anlagen untereinander verbunden. Das vorliegende Projekt betrachten wir als überregional äusserst wichtig. Es wird den Bedürfnissen des Pendelverkehrs und des Zielverkehrs gerecht. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Projekt in der gesamten Mobilität und ÖV-Strategie. Es wurde in erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, SBB und dem Kanton erarbeitet. Der heutige Bahnhof und insbesondere die Umsteigungsmöglichkeiten sind suboptimal und können den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Der Bushub konzentriert verschiedenste Linien aus dem Rottal bis hin zum Michelsamt. Zusätzlich besteht im Gebiet Rotenburg ein großer Entwicklungsschwerpunkt, welcher stark gewachsen ist und noch weiteres Potenzial aufweist. Für die Mitte ist deshalb wichtig, dass das Projekt vollzogen wird und wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Park- und Ride-Anlage erweiterbar sind. Die geplanten 18 Plätze erachten wir nämlich als knapp. Deshalb muss diese Option bestehen. Zusätzlich möchten wir auch darauf hinweisen, dass genügend Zweiradplätze vorhanden sein sollten. Fragezeichen eröffnen sich uns auch bei der Erreichbarkeit des Bahnhofes durch die Busse in Hauptverkehrszeiten. Die technischen Möglichkeiten für die Bus-Ein- und Ausfahrten sind im Projekt vorgesehen. Schon heute ist aber ein hohes, in den Stoßzeiten überlastetes Verkehrsaufkommen vorhanden. Der Verkehr wird mit dem Umsetzen des Projektes und weiteren Investitionstätigkeiten noch zunehmen. Es muss also damit gerechnet werden, dass weitergehende Anpassungen im Straßenbereich notwendig werden könnten. Den Antrag betreffend WC-Anlage wird die Mitte unterstützen. Grundsätzlich ist es Sache des Bauherrn, nämlich der SBB für den Teil Bahnhof oder der Gemeinde Rothenburg für die Bushaltestellen, eine WC-Anlage zu erstellen. Leider wurde dies bisher von beiden Bauherren nicht für notwendig befunden. Wir finden es aber dringend nötig, dass bei einem Bauprojekt in dieser Größe mit dem entsprechenden Publikumsverkehr eine passende Anlage erstellt wird. Der Regierungsrat soll sich diesbezüglich noch einmal für das Anliegen einsetzen. Das vorliegende Projekt ist für die Mitte notwendig, zweck- und verhältnismäßig. Die Verkehrssicherheit und die Verkehrsqualität werden für alle Verkehrsteilnehmer verbessert. Verbessert, das Projekt berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten und die Anliegen der betroffenen Bevölkerung unter Beachtung der gesetzlichen und finanziellen Vorgaben. Die Mitte stimmt dem Projekt deshalb zu und wird es überweisen.